Moin Moin Leute, ich bin's Malte von cmsvideos.de und zwar geht's in diesem Video wie immer chaotisch zu, es geht um Suchergebnisse bei Google und wenn ihr noch nie die Google Webmaster Tools gehört habt, dann dürft ihr definitiv nicht ausschalten. So, es geht chaotisch zu, weil ich habe keine Lust auf viel zu strukturierte Videos hier, die dann gering gewertschätzt werden von irgendwelchen Schnarchtenasen, die selber niemals Videos machen könnten und dann drunter schreiben, ey scheiß Video. Darum, mit solchen Leuten will ich gar nichts zu tun haben, eigentlich nur mit Leuten, die locker durch die Hose atmen und einfach sagen, alles klar, ich gucke meiltes Videos und habe mal richtig was gelernt. Wir wollen in diesem Video hier die ganzen Tools zusammenfassen, die Google uns liefert, damit wir unsere Seite auf jeden Fall gut bei Google positionieren. Wenn ich hier zum Beispiel T-Tutorial eingebe und so weiter. Es gibt hier ein paar Tools und zwar die Google Webmaster Tools, Google AdWords und Google Analytics und das ist ziemlich wichtig, dass ihr diese einfach mal seht, wie ich sie benutze als Inhaltsoptimierer und neulich hatte ich mal so einen YouTuber hier drüben bei uns in Dresden aus Hamburg, den Flo und dem habe ich ein paar Tipps gegeben und der hat gesagt, boah krass, ich hätte viel mehr die Webmaster Tools nutzen sollen. Natürlich ist Google Analytics cool, gucken wir uns später noch an, hat natürlich Sachen, die im Sinne so dieser ganzheitlichen Suchmaschinenoptimierung ziemlich eine große Rolle spielen. Allerdings sind die Webmaster Tools total unterschätzt und ihr solltet sie sich angucken, weil ihr seht durch die Webmaster Tools, wie Leute wirklich durch eure Website gekommen sind und wie Google eure Website sieht. Man darf das niemals auf bare Münze nehmen, weil diese ganzen Impressionen und Klicks hier, die sind auch sehr approximiert, muss ich ganz von Anfang an sagen. Also niemals irgendwas auf bare Münze nehmen, wenn ihr hier zum Beispiel Positionen euch anguckt. Ach ja, übrigens, wenn ihr eure Website hier eintragen wollt, zum Beispiel wie ich, T-Jungel.net. Ich habe eine Menge Videos, wie man anschauen kann, wie das funktioniert. So, allerdings ist es so, dass wir hier anschauen, wie man das wirklich benutzen kann und ich sehe hier, dass in den letzten Zeitraum, 16. November bis 13. Dezember, das ist ein Monat, dass so und so viele Leute meine Seite gesehen haben auf durchschnittlich der Position 1 und 122 haben davon geklickt. 122 durch 151 gerechnet sind 18,79%. Das ist alles, was das Ganze hier sagt. Und wenn ich jetzt sehen wollte, wer alles bei T-Jungel auf welche Seite geklickt hat, dann klicke ich auf das entsprechende Keyword, klicke auf Seiten und sehe, dass diese Seiten geliefert werden in den Suchergebnissen. Ihr seht also, dass das Ganze extrem multidimensional ist, warum sich der normale, ich sag mal, Backup von unten um die Ecke sich das Ganze nicht so ganz eindimensional überlegen darf, von wegen meine Seite soll auf Seite 1. Die Standardfrage ist immer, mit welchen von diesen hunderten von Keywords, die ihr gerade gesehen habt, möchtet ihr denn auf Seite 1? Und das kann man gucken. Und da lasse ich jetzt mal die Webmaster Tools hier beiseite mit den Google AdWords, mit dem Keyword Planner. Und zwar sind die Google AdWords eigentlich dafür gedacht, dass ihr Keywords kauft. Hier und zwar bei Buncher T's sind sicherlich ein paar Keywords oder bei T kaufen zumindest sind viele Keywords gekauft. Diese hier zum Beispiel mit Anzeigen, die sind gekauft und die sind extrem teuer und ich bin der Meinung, dass man damit zwar gut seine Marke bekannt machen kann, wenn ich hier aber ein paar Euro für so ein Keyword ausgebe und dann 100 Leute auf meine Seite kriege, sagen wir mal, der Marketer hier, der dieses Keyword gekauft hat, bezahlt es 3 Euro pro Klick, es kommen 100 Leute, das sind 300 Euro für ihn. Von den 100 Leuten hat er eine Conversion-Rate, sagt man, also eine Verkaufsrate von 1 bis 3 Prozent. Wenn er richtig gut ist, könnte es auch mehr sein, die muss er aber erstmal messen. Das bedeutet, er macht Verlust, definitiven Verlust, wenn er dann nur Produkte unter 300 Euro verkauft. Es sei denn, er generiert Leute, die immer wieder kommen und das kann er natürlich messen wiederum mit den Google Analytics, ob Leute auch wiederkommen und nochmal bestellen, die dann mehrere Male bestellen und dann könnte er sehen, dass Werbung, die ihr hier schaltet, über die Google AdWords Tools sich auch rentieren. So, ich habe aber eben gesagt, als ich hier draufgegangen bin, dass es hier einen Keyword-Planer gibt und zwar gibt es hier den Keyword-Planer, damit ich gucken kann, was sich lohnen würde, dass ich meine Seite optimiere, damit dann Leute hier über die Webmaster Tools, hiermit kann ich das messen, sie kommen nicht hier rüber, sie kommen natürlich über diese Seite, so, dass sie dann hier rüber kommen und zwar über die bestimmten Keywords, die ich bestimme, damit Google, und vergesst nicht, Google ist eine Maschine, damit Google erkennt, was ist meine Seite überhaupt für eine Seite und das kann zum Beispiel Google Analytics nicht. Ihr seht hier oben noch den Analytics-Tab, das kann Google Analytics nicht. Das bedeutet, ich muss hier in den Webmaster Tools definitiv meine Seite registrieren und hier auf Content Keywords gehen und sehe dann, dass Google meine Seite extrem doll als Buncher-Seite sieht. Das ist vielleicht gar nicht in meinem Sinne und deswegen sollte jeder Webmaster seine Seite definitiv durchchecken in den Webmaster Tools. Warum ist das so? Weil ich hier zum Beispiel mehrere Male Buncher drin stehen habe, weil die Links hier zum Beispiel alle Buncher haben in ihrem Link und wenn ich jetzt zum Beispiel einfach mal T-Jungle eingebe, dann werden natürlich diese Seiten sehr omnipräsent hier präsentiert und zwar ist hier überall Buncher, 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 überall ist Buncher. Ihr könnt übrigens mit diesem kleinen Trick hier, Site, T-Jungle.net, alle eure indexierten Seiten einfach mal im Google Index angucken und ich werde sehen, dass hier oft das Wort Buncher auftaucht. So, Google ist nämlich eine Maschine und wird sehen, dass eure Seite natürlich viel mit dem Keyword, das ihr am meisten benutzt, auch zu tun hat. Das heißt, es ist relevant dafür. Ihr wollt also eine Strategie entwickeln und sowas nennt man eine Keyword-Strategie, indem ihr einfach eure Seite, wie zum Beispiel ich hier T-Jungle oder ich gebe hier T-Buncher ein oder einfach mal nur T und dann www.t-jungle.net und klicke hier auf Ideen abrufen und kriege dann mit dem Keyword-Planer, der übrigens kostenlos ist. Ihr müsst euch nur bei Google AdWords registrieren, müsst eure Kreditkartendetails hinterlegen, weil Google natürlich will, dass ihr dann was kauft. Allerdings müsst ihr niemals was bezahlen, um diesen Planer hier zu benutzen. So, dann seht ihr, wie teuer zum Beispiel Keywords hier wären. Ihr seht aber auch eine ganz bestimmte Sache, die euch immer wieder helfen könnte. Und danach sortiere ich immer die monatlichen Suchanfragen im Monat. Und meine, diese Suchanfragen hier, die haben mich schon bewogen, Unternehmen zu gründen. Die haben mich schon bewogen, oder gründen zu wollen wenigstens. So, wenn ich hier sehe, dass TES zum Beispiel die meisten, ja, die meisten Interessen sozusagen hervorruft und hier 301.000 Suchanfragen im Monat sind, dann sehe ich, okay, hier ist sogar der Wettbewerb niedrig, was mich aber immer nicht so interessiert, weil wie gesagt, Google ist ziemlich approximiert und wenn ich nachher darauf optimieren möchte und hier diese Gebote in Anspruch nehme über die Kampagnen hier, also das Keyword kaufe, ja, dann wird das ziemlich teuer und dann ist es auch erst mal so, wenn ich irrelevant arbeite, also nicht mit relevanten Keywords, die also nicht auf meinen Shop zu treffen, dann kann ich ganz schnell mal auch 10 Euro für so ein Keyword bezahlen und nicht 1,69 Euro. Also ihr seht, dass hier auch Bauernfänger am Werk waren. So, wenn ich hier also sehe, dass das Wort Teehaus zum Beispiel sehr oft gegoogelt wird und die Konkurrenz hier ziemlich niedrig ist, aber 2.900 Leute das suchen im Monat, ich muss hier übrigens wieder sortieren, ich muss immer wieder sortieren, ich bin jetzt gerade schon fast drauf reingefallen, ich sehe also, dass Teehaus gar nicht so cool ist wie zum Beispiel einfach nur Grüntee, dann sollte ich mir überlegen, ob ich nicht vielleicht doch auf Grüntee optimiere, denn Google sieht meine Seite nicht wie Grüntee, wenn ich hier zum Beispiel Grüntee eingebe, dann findet der überhaupt nichts hier im Sinne von Grüntee. Wie optimiere ich dann aber so eine Seite? Also ich habe zum Beispiel ein Video bei YouTube, wo ich zum Beispiel WordPress-Seiten optimiere. Man muss sich dafür anmelden, man muss Seiten anlegen, man muss Seiten extrem gut optimieren da drauf und ich habe da ein Tutorial, das heißt irgendwas mit SEO bei Yoast oder so, ich habe ja gesagt, ich habe dieses Video hier nicht vorbereitet oder irgendwie sowas, sucht das einfach mal, gebt mal ein SEO Yoast Malte oder so bei YouTube, ihr werdet dieses Video finden, ich werde es auch verknüpfen mit dem Video, gebt mir dafür, dass ich mir Mühe gebe mit dieser Verknüpfung, gebt mir einfach mal ein Like dafür, dass ich sowas mache, weil das ist ja nicht selbstverständlich, weil ich könnte ja auch andere Sachen machen in der Zeit. Auf jeden Fall haben wir hier SEO bei Yoast, definitiv und ich würde dann einfach mal eine Landingpage bauen und merkt euch bitte eins, ich habe neulich schon wieder sowas gehört, optimiert definitiv nicht den kompletten Blog und jede Seite auf das gleiche Keyword, weil dann seid ihr in Konkurrenz mit euch selber. Dann wäre zum Beispiel der Link in Konkurrenz mit dem Link, der Link in Konkurrenz mit dem Link oder alle in Konkurrenz zueinander und ihr würdet definitiv nicht das erreichen, was ihr erreichen wollt. Deswegen macht man einen Link zum Beispiel, der heißt Unser Teehaus, okay, und den optimiere ich dann und wie ich das mache, seht ihr, wie gesagt, in meinem SEO bei Yoast Tutorial. Das geht allerdings auch mit jedem anderen System, außer als WordPress, weil das ist ja jetzt WordPress hier. Ich habe ja den größten WordPress YouTube-Kanal hier, so auf Deutsch, weiß ich, und da könnt ihr auf jeden Fall gucken, wie man so eine Website hier baut und ja, dann kann es eigentlich losgehen, dass man dann diese Seite hier auf Teehaus optimiert und immer im Auge behält über die Webmaster Tools, ob Google jetzt endlich meine Seite auch ein bisschen als Teehaus sieht, sage ich mal. Ich kann unter Crawling hier unter Abruf wie bei Google diese Seite Teehaus dann einreichen und sagen, reiche bitte unser Teehaus hier ein in den Index. Ich gehe dann auf Abrufen und Rendern. Wenn das hier passiert ist, gehe ich auf An den Index senden, damit das alles ein bisschen schneller passiert. Werde definitiv Backlinks auf diese Seite setzen hier. Also ich werde meinen Kunden sagen, bitte verlinkt diese Seite unser Teehaus oder werde es auch auf der Startseite verlinken, damit Google ganz schnell sieht, dass diese Seite Relevanz hat. Okay, dann packe ich definitiv über 300 Wörter auf diese Seite mit einer Keyword-Dichte. Da gibt es übrigens dieses Tool, das heißt wordcounter.net. Da kopiere ich immer alle meine Texte von meiner Website rein und gucke dann, wie könnte Google meine Seite sehen und wie sind die Keyword-Anteile in meinen Texten. Das heißt, ich nehme mir zum Beispiel so einen Text hier und kopiere den dann hier drüben rein und sehe dann, dass dieses Wort hier zum Beispiel du, die unserem und Shop hier zwei bis ein Prozent mal vorkommt. Und Shop sollte natürlich hier an Platz eins stehen, wenn ich diese Seite auf Shop optimieren möchte. So, wenn das alles gemacht ist und eure Seite angefangen wird zu optimieren und hier sieht man zum Beispiel, ist ja witzig, dass sogar hier diese Tabelle mit diesen kleinen Icons hier optimiert wurde, so ein kleiner Gag am Rande hier. Interessiert jetzt wahrscheinlich gar keinen, aber ich sehe es gerade. Dann geht man zu Google Analytics und guckt sich an, wie die Leute sich auf der Website verhalten. Und dann kann man Conversions optimieren. Dann geht es daran, dass man sagt, alles klar, wir haben jetzt genug Leute, die Aussagekraft, also diese statistische Erhebung hat eine gewisse Aussagekraft, die ich hier mache. Das bedeutet, es kommen wirklich mal 1000 Leute hier auf die Website und die Absprungrate ist 716, was natürlich eine immense Zahl ist. Wenn hier zum Beispiel nur drei Abbrüche steht, dann braucht ihr diesen drei Abbrüchen nicht hinterherlaufen. Das ist auch Fehler Nummer zwei, den ich in diesem Video hier extrem hervorheben muss. Leute optimieren manchmal hier nach Google Analytics, obwohl da nur eine geringe Zahl steht. Ein Abbruch, das kann auch ein Crawler aus Russland sein, meine Güte. Deswegen definitiv, lasst euch Zeit, bis genug Leute auf eure Website gehen und dann wird Google Analytics relevant. Ich muss übrigens sagen, dass ich Google Analytics extrem unübersichtlich für den Anfänger halte und muss deswegen sagen, dass man sich definitiv mehr in der Suchkonsole, übrigens heutzutage, auch eine Sache, die ich hier erfolgen möchte, die Webmaster Tools wurden unbedingt an zu Search Console. So, jetzt habt ihr gesehen, dass man mit den Google Keyword Planer, Keyword Planern hier gute Keywords suchen kann. Jetzt möchte ich natürlich noch mal hier ganz kurz auf Kampagnen gehen und zeigen, dass man hier diese Kampagnen erstellen kann, weil dann haben wir die größten drei Frameworks von Google sozusagen vorgestellt, die euch bei der Optimierung eurer Website unterstützen. Ich kann hier einfach auf Kampagne gehen, Suchwertnetzwerk hier auswählen, mit Displaynetzwerk, nur Suchwertnetzwerk, das sind dann alle Netzwerke, die zu Google gehören, also auch andere Seiten, die Google Ergebnisse präsentieren. Ich kann dann hier mehrere Funktionen einstellen für meine Kampagne, hier wird es schnell extrem unübersichtlich. Hier sollte man sich definitiv einen professionellen Marketer an Land ziehen. Ich möchte gleich von vornherein sagen, ich betreibe eine Agentur, ich nehme also nur Agenturaufgaben und keine Privatanfragen entgegen. Also so eher Business to Business. Aber ich möchte euch definitiv zeigen, wie es funktioniert. Und hier ist das Standardgebot, das ihr festlegt. Ihr legt ein Budget pro Tag fest, also bitte am besten nur 5 Euro, weil dann seid ihr nur bei 150 Euro im ersten Monat und habt die zum Fenster rausgeschmissen. Weil meiner Erfahrung nach geht die erste Kampagne immer schief. Man muss testen, testen, testen bei Google AdWords und das sollte nicht der letzte Pfennig sein, den man gerade im Portemonnaie hat, den man hier verbraucht. Außerdem ist ein riesiger Tipp von mir, ein riesiger Tipp, weswegen es sich schon lohnen wird, dieses Video zu gucken, dass ihr einfach mal bei Google AdWords, bevor ihr jetzt hier kommentiert unter meinem Video, ich habe sowieso keine Zeit, um zurückzuschreiben, sondern vielleicht nur andere YouTuber hier, dass ihr einfach mal bei Google anruft und die werden euch, solange ihr das wollt, euch vorkauen, wie ihr das hier einstellen könnt. Ihr seht also jedes Google AdWords Tutorial hier von mir ist voll rausgeschmissene Zeit, weil niemand kennt Google AdWords besser als Google selber und Google wird euch ziemlich gut unter die Arme greifen und gewillt jedes einzelne Feature hier für euch erklären und sogar individuell auf eure Bedürfnisse, wenn ihr jetzt Tee verkaufen wollt, wenn ihr jetzt beispielsweise einfach eine Bar irgendwo habt, wenn ihr zum Beispiel irgendwie, was sehe ich da noch, so diese ganzen Fitnesssachen, wenn ihr Fitness habt, ich wette, jeder Google-Mitarbeiter hat schon 10 Leute an der Strippe gehabt, weil ihr konkurriert sowieso am meisten miteinander. Ihr habt schon 10 Leute haben die an der Strippe gehabt, die irgendwie, wie zum Beispiel dieses Training hier, so Online-Training-Muskelaufbau-Stuff, da könnt ihr euch exakt sagen, was funktioniert und was nicht funktioniert. Aber die wissen das, die wissen das, ich nicht, ich habe noch nie so eine Seite optimiert, ich will andere Seiten machen, so hier Unternehmenswebsites und so, mal gucken, aber jetzt nicht so hier, so Blogging-Training-Stuff und so. Die können das aber, verspreche ich euch, wirklich, definitiv, die können das. So, und das ist eigentlich alles, das sind alle Tools und damit sage ich jetzt Tschüss. Wie sagt man nochmal, hier hat dieser Finn, dieser YouTuber noch nicht gesagt, Däumchen mehr und Träumchen, habe ich gehört hier in dieser NDR Talkshow, richtig witzig, war cool, habe ich gerne geguckt, bis dann.